Leute, wir haben Besuch, glaube ich. Ja, das ist wahrscheinlich. Das andere Team neben uns. Wiese holen wir die. Krabber. Zwei Teams. Krabber. Krabber, Klaus. Die drehen ab, gerade nach rechts. Ein Team dreht ab, das andere Team hat drauf. Was ist das andere? Das sind alles so Psychospielchen. Ja. Oh, ich habe das andere nicht gesehen, tatsächlich. Okay. Ich habe Waffen. Ich auch, aber ich muss im Moment was machen. Brauche die Ulti, ja. Warum habe ich zwei goldene Diggelte Fretz? Direkt nebeneinander. Okay, okay, okay. Gegner. Ja. Ah, jetzt ist es wieder so weit vorne. Ich wurde, ich wurde gerade befeuert. Von hinten, von hinten, von hinten. Was heißt von hinten? Markiert. Die Richtung. Hab sie. Aber ich bin halt nicht mehr anders als in eurem Neue. Fuck. Oh, fuck. Ah. Shit, sorry. Hab ich gesehen, das ist ja so voll durchspannend. Ich dachte, wir gehen da looten, wo wir gelandet sind und machen so ein entspanntes. Ja, okay, Riff. Lass dich auch mal töten. Ich bin ja auf dem Weg, aber hier geht es nirgendwo rum. Okay, wenn du dir jetzt beide noch holst, wäre lustig aber. Achtung, die kommen gleich hier durch die Tür. Die sind durch hier drin und high und ich. Oh, da von hinten. Ich hab die alle noch. Überall drei. Entspannt. Du kommst überhaupt nicht mehr durch die Tür. Ich muss mal kurz sammeln. Moment. Nein, nein, nein. Mach ich gleich. Ich muss aber kurz noch hier looten, ja. Äh, und heilen, ne? Ach so, ja. Ich hab's zum Heilen? Ja, hab ich. Alter, und ich sag noch, wenn du lustig bin, du den dann auch holst. Und du holst da eins gegen drei. Jo. Die haben halt schön in der Tür gecampt und ich hab halt den Schotfinde gehabt. Ne, du hast eins gegen... Hast du drei Kills? Ja, ja. Ah, okay, ja. Es waren zwei vor mir und einer hinter mir. Ich hab eigentlich gedacht, dass ich den einen da gefinisht hatte, wo ich den umgebracht hab. Anscheinend hab ich ihn doch nicht gefinisht. Ne, der war nur noch im Karten reviven. Bin auf dem Weg. Okay. Hast ne Runde. Weil der eine hat halt Shrikes von hinten geholt, dann kam ich von hinten. Wo Shrikes grad hochkommt und dann sind die halt zu zweit gekommen. Ich mach euch gleich ein Portal, dass ihr wieder schnell an die Stadt seid zum looten. Ich komme. Wuhu. Krank, gut, die Ampelein. Ich bring mal. Vor allem, der andere wollte ich am Ende noch BM und wollte ich mit erschlagen. Ne, ne, ne. Ich glaub, der hat keine Amor mehr. Das ist, glaub ich, ihm genauso gern wie uns sonst immer. Der hat einfach keine Amor mehr. Ja, ja, kann auch sein. Oh, das ist das Portal. Hab ja gesagt, ich mach euch ein Portal, damit ihr schneller wieder hier seid. Äh, wo hast du die umgebracht? Äh, da drüben im Haus. Das ist noch, ich glaub, da im Haus. Ja, hier liegt das Zeug drin. Äh, das ist der Portal-Effekt mal geil. Wo? Hier, bei mir liegen Sachen. Oh, okay. Komm. Oh, ne, das will ich nicht. Oh, ein Phönix-Kit. Mad-Kit. Siren. Termite-Grenade. Alles meins. Hier ist noch ein Digitur-Strat. Ultimate Accelerant. Den Rest lass ich euch mal, weil ich brauch eigentlich nicht mehr so viel, tatsächlich. Ich brauch bloß Heavy-Ammo, tatsächlich. Das ist alles. Hier ist ja auch noch einer. Mit dem hab ich nichts zu tun gehabt. Äh, den hab ich geholt. Warte mal, dann... LOL. Da sind zwei Squads auf dem Haufen, die hier drum liegen. Ich hab überhaupt nichts an Waffe. Äh, übrigens die Zone. Oh ja. Ja, ja. Zone sagt Hallo. Ey, ich bin so schlecht equipped grad. Ah, jo. Da waren noch Loot-Sachen dort, wo ihr eigentlich rumlauft, ne? Ähm... Also wie da oder so oder da. Ich weiß grad nicht genau. Ich glaub da. Leute, wir kriegen grad, glaub ich, Besuch. Und... Da hab ich grad drei Leute fliegen gesehen. Ja, ich bin aber auf dem Weg in die Zone. Das wär mir viel wichtiger, als jetzt irgendwie zu fighten, tatsächlich. Ja, ja. Lass laufen schnell. Also das ist, glaub ich, relativ direkt in die Zone, hoffentlich. Oh. Ich hab aber hier auch Leute. Okay. Komm zu dir. Die, 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 die. Wir müssen uns irgendwo finden, wieder. Das ist das Wichtige. Ja. Ich bin grad auf dem Weg zu dir, Line. Schön. Sehr schön. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht, dass ich gleich komplett flankiert werde. Hier ist noch ne Flatline. Flatline? Oh. Mhm. Nett. Aber ich weiß nicht, ob ich sie mitnehme. Ich hab wieder meine Ult ab, tatsächlich. No. Portal. Ein Heavy Ammo. Ja. Ist aber schon gelootet, wo ich bin. Ja, okay. Heute. Wir sind Gegner schon. Äh. Laufen. Ja, Markus, ne? Du musst noch ein bisschen Gas geben. Oh, fuck. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Holy moly. Ey. Einmal bin froh, wie sie arbeiten. Jetzt, wo ich weiß, wie man den Arx da benutzt, find ich eigentlich ziemlich nice, tatsächlich. Muss ja erstmal raffen, wie ich den benutze. Ja, ich hab den Arx da nachher sogar geworfen, aber der ist dann despawned, weil ich dann getötet wurde. Eigentlich soll das nicht passieren. Achso, du bist aber gefinisht worden. Ich war mitten in der Animation und dann wurde ich... Da kam ein Drop. Okay, hier war vor kurzem einer. Boah, 43 Sekunden war er, ne? Ich sag, da kam ein Drop gerade. Da kam ein Drop. I'm running. Crap Equip, aber immerhin mit Equip. Ey, du lebst noch, ja? Ich lebe wieder. Fuck, 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 fuck. Alles gut? Ja, ich hab' nicht gefeiert. Kannst du nicht einfach neben mir ping? In der Richtung wird gefeiert, hab ich gesagt. Ja, von mir aus natürlich. Ja, also von mir aus ungefähr... Ja. Alt-Westen wird gefeiert. Oh. Oh, nee. Ich dachte schon, die Zone mag uns, aber die Zone mag uns nicht. Ey, passt auf, hier waren Leute. Ja, da ist ja auf der anderen Seite, da laufen Leute. Hier wäre schwere Muni drin. Brauchst du? Jo. Das ist feier. Ja. Lion, komm her. Schwere Muni. Wie soll ich denn sonst das Schießen lernen? Mehr Platz habe ich nicht für schwere Muni. Aua. Aua. Wie könnt ihr nicht die Fenster schießen? Das ist illegal. Warte mal, ich könnte jetzt mit meinem passiven und meiner Ult... Oh, hier ist eine Hintergrundfläche. Ack mal, bitte. Appen. Machst du? Jupp. Aus der Entfernung geht das nicht. Der hat Heavy Amour, Body Shield, Helmet. Machst du da oben. Beschossen werden. Hör auf damit. Nein. Und wo bist du beschossen? What? Ich wollte nicht zurück. Oh, da sind sie, da sind sie. Oh, oh. Hier ist ja ein Airdrop. Airdrop. Äh, 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 äh. Strike. Ja, Strike, aua, yo. Wer hat dieses Portal da gerade gesetzt? Ich. Ich bin weggelaufen und wiederhert importiert. Ah, ich werde beschossen. Alter, kann dieser Airdrop? Wie viele Airdrops gibt es denn hier vor allen Dingen? Oh, hört mal auf damit. Ich habe schon den nächsten gedowned. Wo seid denn die, Alter? Oh, oh. Einen hinter dir. Nein, wir kriegen die. Von hinten kommen die gerade. Kommt zu euch. Oh, nö. Nicht schon wieder hinter mir. Ah, hier ist noch Devotion. Also, ich bin down. Habt ihr den? Nee, habt ihr nicht. Ich sag noch Devotion. Devotion halt. Wenn der einmal hochlädt, ist es übel. Wir sind beide down. Ich denk zu dir, Shrikes. Kommt zu uns, finisht uns. Ach, Mann, ey. Ich habe euch auch nicht gefinisht, ihr blöden Hunde. Hast du nicht? Nee, die Gegner habe ich nicht gefinisht. Über euch ist einer, glaube ich. Ja. Ah, klar, ist der Kenner. Jetzt noch Aim. Immer schön vorbeischießen. Immer schön vorbeischießen. Sei still, ey. Sei sowas von still. Ich habe den gerade zugeguckt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich habe gerade so farle geschoben. Da wird noch viel auf euch gespallert. Könnt ihr mich irgendwie noch recoveren? Ich gehe mich jetzt erst mal hochheelen, okay? Du bist recovered. Dankeschön. Jetzt müsst ihr uns noch irgendwo... Übrigens, die Zone in 0 Sekunden, die moved jetzt. Ich, ist mir gerade zu Hause, egal. Ich brauche die Map als euer Guide. Erstens, ihr müsst weit laufen. Zweitens, ihr habt keinen Heiler mehr dabei. Lauf! Das Problem ist, ich muss mich erst wieder hochheilen. Drück 3, dann läufst du schneller. Ich glaube, ihr könnt die... Ihr müsst durch den Bunker laufen. Boah, ihr müsst durch den Bunker oder oben rum. Aber der Bunker ist die direktere Variante. Ich bin auch jetzt nicht durch den Bunker. Und dann müsst ihr halt ein bisschen Damage schon in Kauf nehmen. Nicht teilen. Der Bunker ist die direktere Variante. Ja, und gefährlichere. Fuck, 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 alles brennt. Burn, baby burn. Get back in this ring. Ja, was versuche ich? Wir sind halt echt spät gemoved. Fuck, ich glaube, es geht raus. Äh, heil dich noch kurz gegen, wenn du kannst. Ist wahrscheinlich zu spät. Lauf in die Zone, in die Zone. Versuch soweit. Sonst muss er sich auch recovern. Ich glaube, du kommst nicht sinnvoll in die Zone, ne? Wir sind jetzt noch reviven. Doch, doch, wir haben reviven. Ja, das sollte klappen, tatsächlich. Das macht doch relativ wenig Schaden auf genockte Leute. Auf genockte Leute. Je länger du drin bleibst, oder was? Ne, ne, je, je, ähm. Müsst du mich nur noch zurückholen, wenn ihr euch geheilt habt. Ja, komm mal her. Hast du, hast du Heilung? Äh, zwei. Okay, das reicht erst mal. Habt ihr keine effektiveren Heilung als die Sirenches? Ne. Wir wurden gerade beide gedowned. Ich wollte nur wissen, dass, ach, stimmt, ja. Ich habe euch ja auch zurückgeholt. Äh, lauf zusammen, wenn dann dahin, wenn dann dahin. Ich werde mal wieder gecarried hier, äh, meine Güte. Ich will nicht wissen, wie viel Damage ich da gerade gemacht habe. Ich glaube, ich habe drei oder vier Leute einfach gedowned, bevor mich einer gekillt hat. Ich sehe die ganze Zeit niemanden und Wetteran abgeknallt. Story of my life. Hier, so geht es Rico auch. Jetzt sehe ich auch mal, wie man hier zurückkommt. Alter, ein Königreich von meinen Grappler-Typen. Ey, was ist eigentlich hier mit dem Dropship über uns? Hast du gerade? Ne, du bist ja der andere Cheap. Boah, ich dachte gerade, die checkt uns hier mal. So, was brauchst du? Äh, alles. Stimmt, du hast ja gar nichts mehr. Ich habe schon mal, Armor habe ich und Granate. Eine Waffe wäre noch, irgendeine Waffe wäre noch ganz geil. Ja, Waffe. Das ist alles draufgehabt, Mann. Alter. Jo, danke. Wir müssen jetzt weiter looten. Ich habe jetzt nur noch meine Shotgun, aber... Jo, natürlich. Geht's denn dahin? Ich sage mal so, ich habe so das Gefühl, Dein macht ein bisschen mehr als ich bis jetzt. Äh, wir wurden beschossen, ne? Von hinten. Ja, dieses Ding da weg. Dieses Ding, der beschießt uns gerade. Welches Ding da? Das Versorgungsschiff ist gerade bei uns gelandet. Achso, das beschießt Leute? Nein, darauf stehen Leute, die uns beschießen. Achso. Ja, hier ist ein Alternator und alles. Also, ich bin froh, wenn wir hier einfach wieder eine Waffe haben und alles. Das ist dann schon ziemlich entspannt. Moment mal, das Versorgungsschiff? Ich weiß nicht, wie viel Loot wir da gerade verpasst haben. Ja, also ich bin rechts und links angeguckt. Ich habe noch einen sechster Scope für Sniper. Ja, Sniper habe ich leider keine. Ich habe ja noch einen 2-4-Fahrer Scope. Ich will das nicht haben. Was machen wir den ersten? Da bin ich ja gespannt. Da bin ich ja gespannt. Das glaube ich noch nicht. Sagen wir so, wir haben gerade richtig auf die Fresse gekriegt. Ne, wir haben auch ordentlich ausgeteilt. Also nur auf die Fresse gekriegt würde ich jetzt nicht sagen. Ja, also ihr habt alle ausgeteilt. Gut, den einen, der dich gedownt hat, habe ich noch gut was reingedrückt. Deswegen war der auch am... Deswegen hat er... Der wird gefeitet. Oh. Hier oben wird gefeitet. Hinten. Ring closing, wir müssen aber hier raus. Ist okay, wir haben noch Zeit. Wollt ihr trotzdem wirklich hier in dem Gang fighten? Ich würde halt sagen, wir laufen lieber. Der ist tot. Ich habe eingedownt. Ah. Aua. Nein. Oh, wir pushen. Ne, nur ein bisschen. Leute, nicht pushen. Aber ich dachte, wir sind auf der anderen Seite. Ich dachte, wir müssen pushen tatsächlich. Oh, Aua. Fuck, Hilfe. Oh, nö. Mich hat tatsächlich... Moment, was hat mich jetzt gekillt? Hier unten ist noch jemand bei mir. Hier läuft noch einer. Hier ist noch einer drin. Da. Finisht mich jetzt. Wollt ihr mich? Es läuft hoch. Jetzt bin ich... Ich bin sowieso wieder gekillt. Ich habe vielleicht die Karte falsch gelesen und dachte, wir müssen in die Zone und nicht. Wir sind in der Zone. Das Problem ist, das letzte verfügbare Ding liegt außerhalb. Ja, dann lasst es halt einfach und spielt einfach fertig. Hat irgendjemand irgendwas für mich? Ich habe für nichts Munition und kein Leben. Hast du Medikit? Hast du Medikit? Bei mir war noch Medi-Zeug. Bei mir war noch Medi-Zeug. Aber da müsst ihr halt kurz raus. Ja, ich kann nicht... Schau auf, mein Helf-Freund. Da ist übrigens jemand. Der hat sich gerade fortunisiert wieder. Die kommt wieder, ne? Im Smog können wir vielleicht bewerben, damit im Smog ist. Oh, fuck. Wie schnell bin ich wieder gerade weg gewesen? Ja, wenn du ein paar Mal gedauert wurdest, bist du relativ schnell kaputt, glaube ich, dann. Hinter dir. Ich hatte 0 von 0 auf jeder Waffe Muni. Die rennt ihr immer hinterher. Die rennt ihr immer hinterher. Hinter dir wieder. Nice. Die war Solo. Die war nur ein Kill-Di-der. Kuss mal. Sie hat kein Helf. Ich habe Schild bei mir drin. Ich habe Schild bei mir drin liegen. Schild habe ich selber. Okay. Ach, warum habe ich denn dafür nichts Muni? Ich war die Runde so nutzenlos. Sorry, Leute. Na, das ist gut. Hauptsache, es macht Spaß, ey. Komm. Wir haben die Runde ordentlich... Also, ich hatte ordentlich Spaß, tatsächlich. Schöne Action überall. Mit Muni hätte ich auch Spaß gehabt, bin ich ehrlich. Ja, das ist so ein bisschen der Kernproblem, ja. Wenn die Muni knapp wird. Ich bin nie wie der Bloodhound. Ich will meinen scheiß Grappling-Hook haben. Ich fühle mich so... Erstmal entspannt looten jetzt hier. Wie gesagt, es sind noch drei Squads. Du könntest noch zumindest einen zweiten machen. Beim ersten, glaube ich, da müsstest du absnacken, wenn die anderen zwei sich bekriegen. Ja. Alter, wenn er jetzt den ersten macht, dann weiß ich auch nicht. Aber... Würde ich feiern. Also, kein Druck, ne? Alles gut. Wir haben schon den dritten Platz. Alter. Das ist voll safe. Ich bin einmal außerhalb des Schildes und dann bin ich down. Aber instant. Ja, ich will... Eigentlich hat die Runde so ein bisschen... War das Problem, dass ich die Karte falsch gelesen habe. Äh, du musst eigentlich da hin, wenn die fighten. Tatsächlich. Ich hab dir dann halt da, als du wiedergekommen bist, ähm, dir meine Waffe gegeben und hatte dann für nichts mehr irgendwas. Ja, gib mir halt nicht die gute Waffe, hat mir die Schrift nicht gegeben oder so. Nein, nein. Du warst schon der meisten Schaden. Das ist das Ding. Ja, ja, deswegen. Jemals Haus... Das heißt, das heißt, das heißt, im Haus. Im Haus unten drin. Oder? Nee, oder? Nee. Nee, Shield. Oh, Shield. Aber hier können dann auch Sachen sein. Ja, Ulti, genau. Ulti, Ulti. Ja, Ulti brauch ich grad nicht. Die do die zwei weiter rum noch. Äh, die fighten immer noch. Da, rechts oben, war's, ne? Ja, ich weiß, deswegen. Ich laufe aber jetzt erstmal nur noch weg. Ist das Health? Nee, das ist ein... Helm. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo noch Health wirklich rumliegt. Tatsächlich. Och, safe irgendwo? Nee. Glaube ich nicht. Das haben die alles aufgelootet. Spannendes Match hier. Vor allem, du könntest theoretisch uns wiederbeleben, wenn du ein Beacon. Hättest, das ist so krass. Ja, also, ich hab ja... Das Problem ist, ich hätte ja Dings noch wiederbeleben können. Äh, dich noch wiederbeleben können. Das Problem ist, das Beacon... War außerhalb, ich wär's schon. Hm. Äh, wo willst du denn? Willst du jetzt dich ins Haus campen, ja, wirklich? Ja, ich will mich wirklich ins Haus campen, weil... Das ist das Einzige... Kann ich da oben nicht dazwischen? Nein, kannst du nicht. Help, help, help! Help! Der liegt ja dann wirklich help. Ja! Vor dir, ja. Alter, wenn er die Runde noch holt. Ja, kommt gleich jemand um die Ecke und macht einen One-Shot. Ja, glaube ich auch. Ich muss, glaube ich, ein bisschen gucken, wo sie da rumspringen, eigentlich. Waren es nur zwei, unlucky? Es sind noch zwei Squads, ja. Aber jetzt ist nur noch ein Squads. Jetzt hast du... Also, jetzt hättest du halt absennecken müssen. Jetzt sind wir schon Zweiter. Aber wir sind schon wieder Zweiter, ja? Du hast vier Leute getötet, Alter. Ich hab null. Und ich hab wahrscheinlich in dem ganzen Game so 100 Schaden gemacht. Alter. War ich useless, sorry. Ja, das kommt alles mit der Zeit. Aber ich hatte halt auch nichts von meinen Komfort-Waffen. Ich hatte weder die Air irgendwas, noch hatte ich meinen Sniper. Ich hab rausgefunden, wie mir die... Wie heißt denn die? Die Heavy Ammo Rifle liegt. Heavy Ammo Rifle? Die... Wie heißt du? Die du immer sagst, wie es gut war. Die Air 301? Nee, Heavy Ammo. Nicht Light Ammo. Heavy Ammo. Lilo... Die Orangene. Genau, die... Ja, ich weiß, was du meinst. Auf Single Shot ist die übelst geil. Ja. Da kannst du so schnell durchklicken und ist alles im Ziel. Leute, Leute. Ich bin so gestresst. Also links, rechts. Du musst irgendwo... Eine Seite musst du pushen, würde ich sagen. Nein, du bleibst drin. Die sind alle offen. Die sind im offenen Feld. Du hast Deco. Ich muss die hören. Ich muss die hören. Round 6. Beginning Ring Outdown. Du bist doch drin. Fuck! Ich sag ja, du musst eine Seite pushen, weil... Den ist klar, wo du bist. Mann, auf den Zweiten. Den ist klar, wo du bist. Du musst eine Seite pushen und dann hoffen, dass du einen... 1, 2 Down machst. Ja. Ah, hätte ich noch gelähmt, hätten wir das holen können. Ja, das waren zwei Leute noch. Die hatten aber halt offenes Feld. Die mussten über das offene Feld kommen. Demand musst du gucken, weil dann hast du halt Deckung. Und die nicht... Ja, ist recht. Ja, 1111 Damage. Hallo! Und sieben Kills. Sieben Kills. Und was hätte ich...